Mit diesem Tipp kannst du deine Rückbildung unterstützen. Einfach dir ein Kissen bequem zurechtlegen, das unter dem Bauch platzieren und dich so 10-15 Minuten hier bequem hinlegen. Das kannst du gerne auch mehrfach am Tag machen oder immer mal wieder, wenn dir danach ist. Denn das kann helfen bei der Rückbildung und es kann helfen, dass der Wochenfluss gut abfließen kann.